Liebe Studierenden, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Abschluss. Sie haben Ihr Studium erfolgreich absolviert. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist das eine besondere Leistung. Sie werden in vielen Bereichen denken, was mache ich auf dem Arbeitsmarkt? Die Situation ist doch so schwierig. Sie können überlegen, wir machen noch einen Masterstudiengang an der Universität Vechta, zum Beispiel im Bereich Management Sozialer Dienstleistung, wo Sie noch weiter qualifiziert werden. Sie können aber auch gute Anschlussmöglichkeiten draußen in der realen Welt finden, sozusagen, dort auf dem Arbeitsmarkt. Denn wir sehen gerade in diesen Zeiten, dass die professionelle Bereitstellung sozialer Dienstleistungen sehr wichtig ist. Sie ist sozusagen systemrelevant. Wir wünschen Ihnen zu diesem Abschluss alles Gute. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihren weiteren Lebensschritten. Und wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen vor allen Dingen viel Gesundheit. Herzlichen guten Wunsch.